Grüß euch noch ein Ich hoffe es geht gut Ich habe zuletzt eine Fender Gitarre gekriegt der Stato Caster zum ausprobieren aus der 70er Jahre richtig schöne 44 Jahre alte Gitarre und habe es gestern erstmals im Proberaum ausgeführt und ein bisschen kennengelernt ganz einfach mit einem Fassfest mit einem Mempler Tumnus und einem Strymon El Capistan habe ich meine kleine Endbeine gehaut schön laut, super was aber jetzt selber ich hoffe dass ich irgendwann einmal mit einem großen Dichstärker ausführen kann Fertig Dichstärker 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 Vielen Dank.